Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das hier ist der Tischtuch Wolkeneffekt. Wenn die Wolke über die Berge sickert, lässt die Warmluft von der Draht die Feuchtigkeit verdunsten und die Wolke bleibt am gleichen Ort. So sieht ein Frosch aus, wenn er das Glühwürmchen verschluckt hat. Es gibt eine Organisation, die 6-Jährige gegeneinander Rennen machen, mit Dörfern, die bis zu 80 kmh fahren. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, ihr habt es gefallen und dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann! Ich habe das eine Formel aus der Dose. Ich habe das eine Formel ausgestattet. Ich habe das eine Formel ausgestattet.